Hallo und guten Tag, mein Name ist Pavel Dillinger und ich arbeite für die Deutsche Telekom. Dies ist ein Geburtstagsgruß an alle Geburtstagskinder, die am 18. September Geburtstag haben. Das ist Wolfgang Schäuble, das ist Lance Armstrong, das ist Patrick Schwarzenegger und das ist unser CEO Tim Höttges. Alles Gute zum Geburtstag. Ich könnte jetzt ein Lied singen, das machen wir mal nicht. Ich spiel mal lieber unser Lied. Herrlich. Das lieben auch die Amerikaner. Hey, viele Grüße nach Athen, nach Griechenland und alles Gute. Einen schönen Tag aus Berlin. Das lieben auch die Amerikaner.